so gut was sonst finden wir nichts mehr na gut frage ist wo ist ok die damen rollstuhl ist auf jeden fall welt weg wo ist jack und wie geht es eigentlich schon weit gefunden haben wir sonst ist noch nicht aber wenn die glaube ich war zu zweit geht glaube ich weiß es ist es ganz schrecklich wenn es so ist ok auch noch etwas so check ist irgendwie weg ist der lukas der foto von zwei haben wir auch schon gesehen oder das war eben arbeiten wir mit gefunden genau die merke war wo war hier nochmal gott sei dank ok ja ja machen sie auf hey sie müssen wir helfen ganz ruhig zurück also wohnen sie hier ich meine ist das ihr grundstück was ich nein nein okay uns haben kürzlich mehrere anrufe über vermisste personen erreicht sie verstehen nicht ich muss hier raus beruhigen sie sich sie hören mir nicht zu in diesem haus gibt es irre die mich umlegen wollen verdammt sie haben ja gut ich sage ihnen folgendes sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben okay machen sie die witze also wie gesagt es wurden mehrere personen vermisst gemeldet und ich kann nicht ausschließen dass ein außenstehender wie sie daran beteiligt ist ok ich sage ihnen was sie wollen ok ok das fängt schon besser gut treffen wir uns in der garage dort reden wir hey halt geben sie mir ihre pistole sie haben wohl den verstand verloren schauen sie officer hey deputy genau deputy wollen sie meinen namen in den todesanzeigen lesen oder wollen sie in hell sein und mein leben retten ein verdammtes taschenmesser hier nehmen sie es mehr kriegen sie nicht los jetzt garage sofort mehr brauche ich zurzeit auch nicht was soll ich mit einem messer ist es ok so ähm hier war es ne genau macht man gleich auf so wie soll man jetzt nun bevor wir zur garage gehen solange wir noch die ruhige zeit noch genießen können gehen wir ganz kurz nochmal zurück so machen das mal unseren ersten was auch immer das ist er hat uns schon freigeschaltet er ist hier dort und überall so und einen zweiten haben wir auch schon gesehen das war glaube ich genau das war das soe ich hätte so hinten die kuni die ist wohl durchgestrichen weil die wohl nicht gemacht wird aber die hilft uns auch so so gehen wir nochmal kurz da lang kommen wir hier mal nicht durch weil da hinten sind nämlich noch ein paar kisten so und wo war hier nicht auch irgendwo er ist eine figur oder war denn im seel wenn es gleich herausfinden da war auf jeden fall nichts mehr okay okay ups ups gut ähm dann 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 ups den hier dann speichern wir ihn mal ab gut gut und dann ja jetzt können wir in die garage theoretisch was machen wir jetzt doch aber die kiste ist hier schon zerstört wahrscheinlich wenn das geht wenn das geht okay ja jetzt kann es schon zu stellen so dann kommen wir jetzt hier durch so dann kommen wir jetzt hier durch so wir müssen hier raus verdammt zuerst erzählen sie mir was sie hier draußen so spät alleine machen ich was ist mit ihnen das ist mein job machen sie ihren job und antworten antworten sie endlich sie würden mir nicht glauben wenn ich es ihnen erzähle ach ja hey stopp 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 scheiße ich werde ihn einzelnen von euch umlegen mir bitte nicht und als schluss geht das nicht ok steige wieder aus au oh ich bin ein alter Mann Junge du kannst nicht so kurische ich will nur den ArmstrongВ und nach unten schauen kommen auch mit So, probieren wir es doch mal. Schauen wir mal. Was? Der fährt wirklich. Arm. Autsch. Ich glaube, das bringt sich gar nichts an. Alter. Coole Wurst, aber... Oh, fuck. Puh. 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 Ja? Wer kriegt da wen? Au, okay. Sind wir tot? Okay, wir sind tot. Okay, muss man vielleicht doch auf ihn schießen? Kampf in die Garage. Halten sie den Kampfhälschen. Ja, okay, das habe ich schon mitgekriegt. Hey, wir müssen hier raus. Was verdammt? Zuerst erzählen sie mir, was sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit ihnen? Das ist mein Job. Machen sie ihren Job und antworten. Antworten sie endlich! Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor auf! Das Tor aufmachen! Stopp! Stopp! Na! Haaah! Fynn! Na! Haaah! 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 Scheiße, ich werde ihn einigen. Einseln zuvor. Das ist auch schon nett. So. Oh, was ist das von? Hihi? Das ist der Team gleich. Oh! Das ist doch... Okay Jetzt aber Hier Scheiß, Ritter Du bist... Ach scheiße, ich hab' Oh Gott, nein, ich hab' dich Steh auf Hallo Ähm Können Oh Mist Wenn das Auto-Ever Scheiße Beenden wir das Du und ich Oh oh Das ist nicht gut Oh ja Wollen wir eine Spritztür machen? Nein, 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 nein Scheiße Alter Blimmis Der lebt immer noch Oha Oh Junge Schau, was du angestellt hast Scheißkerl Das ist nicht vorbei, weißt du? Ah okay, jetzt braucht man sich nicht mehr Okay, glaub' Da war man vielleicht mal los fürs erste zumindest mal Ich glaube Ah, der geht sogar nach oben Okay, wir müssen, glaub' ich, da auch rauf Alter, der Polizist Ja, das war so klar Hab' ich deine Aufmerksamkeit, Junge? Du wirst gleich was wunderbares sehen Oh du Scheiße Hä, mein Munition Aber weißt du, seine Brille, die ist unzestörbar Und die hat immer noch So Was haben wir denn hier? Blinden Munition Ähm Ah Ich glaub' da bekommen wir Ochsenstadt durch Er liegt unten Er liegt unten, okay Ähm Das erste Teil Dann glaub' ich Für uns Äh Für die eine Türe Und Dann machen wir auf Und Wieder runter Haben wir ein bisschen Schaden gehabt Bisschen, glaub' ich Oder anders kann man wieder nicht runter Gut Können wir die Türe euch wieder aufmachen? Tatsache Ich weiß, ob das eine gute Idee ist, aber Ja Wir müssen die Türe euch wieder aufmachen, okay? Wir können das gleich wieder aufmachen, mal wieder aufmachen, okay? Wir können das jetzt nicht aufmachen, mal wieder hoch, okay?